Das muss ich eigentlich nicht zumachen. Nein, nein, nö. Alles, was drin spawnen kann, sind Fledermäuse, aber ich glaube, die spawnen da nicht. So, dann kommt hier die Wand. So, und dann kann ich es eigentlich... Also, ich würde es dann an die obere Kante machen. So, dann eins, zwei, drei. Vier. So, also... Okay, da hin. Dann... So... Also, das ist jetzt zum Auslösen, ne? Also, hier so... Bin auch schlau. Oder? Bin auch schlau. Also, sehen tut mal den hier, das ist... Da müsste ich noch einen höher, oder? Eins, zwei, drei, vier. Die müsste noch einen höher... Na... Das war halt nur die... Boah... Weil so wären nämlich die hier... Ne, ich muss das ein höher machen, das geht nicht. So... Wutsch. So blöd, dass ich jetzt die ganze Zeit hoch und runter muss. Na... Also... Eins, zwei, drei, vier... Und auf Höhe vier... Oder auf Höhe vier... Ist dann der hier. So, genau da hin. Genau, so... Und dann hier... So, so. So wär dat... Erste Mal... Also, das wär jetzt des... Eins... Der Teil 1... Ja gut, kann ich machen. So... So... Weil hier... Ne, kommt der oben drauf, ne? Oder? Eins... Zwei... Eins, zwei, drei, vier... Genau, dann ist dat da die Decke. Also so kommt die Decke, dann ist da die Decke. Und dann würde... Guck, jetzt würde nämlich hier oben alles empowert. Und ich muss das aber in beide Richtungen machen. Also, das muss hier in beide Richtungen sein. Weil... Bäh, war ich da festlegen? Nein, weil... Ich... Ähm... Alle Lichter im kompletten Haus mit einem Button-Druck auch aktivieren will. Damit dann halt da keine Monster spawnen nachts. Also die Knöpfe sind eigentlich nur für tagsüber. Wieder. Nur für tagsüber. Wer halt das Licht angehabt hat. Und dann... Wie ich dann das Licht komplett überall anmache. Und dann wieder ausmache. Dann ist hier trotzdem das Licht immer noch an. Das Blöde ist halt nur, ich müsste jetzt hier die Decke einziehen. Ich glaube, ich mache das einfach mal... Mit, 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 mit. Dem Holz. Einfach mal... Die Decke. Die Decke einfach mal eins. Damit ich es ja erstmal drin habe. Nicht, dass ich mich jetzt verbaue. Eins, zwei, drei, vier. Ja gut. Also hier kommt jetzt die Decke noch rein. So. Dann mache ich das Ritz dann oben drauf. Die Ritz dann Lampen, die kann man ganz zum Schluss rein machen. Weil da haben wir ja gerade im Moment keine von. Und... Und... Ja. Also damit erstmal das Ritz dann liegt. Damit ich erstmal die Decke über das Ritz dann machen kann. Ne, das geht nicht. Geht ja nicht. Aber ich muss mir erstmal überlegen, wie viel ich überhaupt brauche. Ich brauche ja immer, äh... Pro Ding immer ein Glowstone. Und... Das ist hammermäßig viel. Hallo? Aber das kriegen wir hin. Kam die nicht nochmal? Ich glaube, ich gehe jetzt hoch, weil von oben ist es einfacher. Genau. Und da wären dann einfach da oben Fenster so drin. Damit man halt auch Licht hat. Das wäre ein bisschen blöd, wenn da kein Licht wäre. Weil... Ja, ist halt blöd. Kein Licht im Keller. Hat auch bis jetzt noch keine. Außer mein erstes Haus. Das hat gar kein... Uäh... Gar kein Licht. So, ich mache das jetzt so. Muss ich einfach nur drücken. Ich fahre jetzt einfach hier außen rum. Das müsste ja reichen, das Holz. Aber das hier ist nicht der Boden. Also das ist nicht der Boden fürs nächste Zimmer. Müsste jetzt nochmal... Muss ich jetzt nochmal sagen. Weil jetzt kommt nämlich hier... Also jetzt da, wo der Block ist, ist Luft. Und dann kommt erst der Boden. Also seht ihr, wie hoch das wird? Also... Richtig hoch. Durch die Eingangshalle. Naja. Ich bin ja erstmal nur mit dem... Erstmal mit dem Bau der Größe muss ich erstmal gucken. Und das hier ist ja erstmal nur zum Vorbauen. Und ich weiß, wie hoch ich muss... Über der Erde. Das ist erstmal nur das. Deswegen mache ich das jetzt. So, ja. Das geht doch eigentlich schnell, ne? Ich habe jetzt das... Eigentlich sehr schnell ausgehoben hier, ne? Wat? Kein Holz mehr da rein. Also für das reicht es auf jeden Fall. Ne, ich mache aber nicht alles. Das wäre mir dann ein bisschen viel. Bissi viel. Höh. So, ja. Gucke ich dann gleich. Ob es funktioniert. Ich muss ja mal auf die Uhr gucken. Das habe ich jetzt halt nicht da drüben, weil... Ich dann hier rein muss. Okay. Das ist nämlich ein bisschen blöd gelaufen. Aber wenn ich nämlich den Hauptbildschirm kleiner mache, dann ist das blöd. Ne. Finde ich. So, gleich ist es so ein Dunkel. Ja, und ganz in der Mitte, der Glowstone, der bleibt ein Glowstone. Jedenfalls im Keller, der obere Etage habe ich jetzt noch nicht geguckt, weil da ist es zu dunkel. Da würden dann Monster spawnen, auch tagsüber. Und dann muss der da halt bleiben. Geht nicht anders. Gut, habe ich sie im Übrigen? Gleich doch. So können sie halt den Dach, den Boden, äh, alles mögliche kann man ändern. Kann jeder sehen, wie er will. Muss ich mir nur sagen, also müssten... Naja, wir reden sowieso dann. Wenn wir überbauen, nehme ich sowieso auf. Hier baut nämlich niemand was, außer ich. Wenn ich nicht da bin. Ha, ha, ha. He, he. Ne? Niemand baut was, außer ich, wenn ich nicht da bin. So, also, ich habe mir ja schon mal aufgeschrieben, wie ich das Redstone hier so verlegen muss. Auf meinem schlauen Zettel, was ich da schon alles draufgeschrieben habe. Hilfe. Warum konnten die... Ne, die muss ich gerade... Naja. So, also ich habe das hier gemacht. Wo war denn der Ende? Also hier, eins, zwei, drei. Repeater. Repeater. Eins, zwei, noch da. Eins, zwei, hier. Und noch da. Und noch da. Da. Da kommt... Ja, da kommt eine... Dings hin, eine Redstone-Lampe. Hier kommt eine Redstone-Lampe hin und da kommt eine Redstone-Lampe hin. Genau. Die Löcher könnt ihr eigentlich schon mal vormachen. Ne, dann funktioniert es nicht. Kann ich nicht machen. Ähm... Ich bin jetzt... Dort. Dann geht es eins, dann kommt es hoch. Also kommt da und da eine Redstone-Lampe hin. Kommt eine Repeater hin. Dann kommt hier der Glowstone hin. Hier ist die Mitte. Dann kommt eins, zwei, drei, vier, fünf. Kommt hier eine hin. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier hin. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Moment mal. So, hier. Eins, zwei. Wie wir sind es da drüben? Eins, zwei, drei, vier. Irgendwas habe ich jetzt hier falsch gemacht. Das ist nämlich nie im Leben die Mitte. Ich fange mal in der Mitte an, warte. Da geht das alles sehr schnell weg. So, also hier, da, 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 da. Wenn die Mitte passt, dann passt es. Lauter X auf dem Boden. So, hier ist die Mitte. Haben wir das auch schon mal, die Mitte? Also, das wären eins. Nein, dann mache ich hier nochmal zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Zwo, drei, vier, fünf. Okay. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, auf jeden Fall hatte ich es so. Also, müsste es ja so stimmen. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechten. Ah, es sind zwei zu viel. Fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Bis hier, wohin? Mist. Ich tue es auf der Seite abziehen. Da habe ich nämlich jetzt schon die letzten Dinger gebaut. Das hier muss weg, einfach so, damit ich das weiß. Hier muss weg. Da hält es auf, man. Das ist doch scheiß Dreck. Also, die zwei Reihen hier wieder weg. Ich habe mir schon gedacht, warum passt das nicht? Das war sinnlos. Die Mitte hat auch gepasst, weil ja 17 auch eine glatte Zahl ist. Mit einem Mittelpunkt. Und die 15 auch. Weil ich das hier einfach mal zu groß gemacht habe, müsste ich jetzt mal zählen, ob das... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 13, 14, 15. Ja, natürlich. Alle zu groß... Na komm, egal. Alle zu groß gemacht. Warum habe ich das nicht so groß gemacht? Ich habe es doch abgemessen. Ach ja, ich habe die... Hey, wie habe ich denn das gemacht, dass das so groß ist jetzt? Ach, ich habe... Ah ja, ich habe nämlich 17 ausgemessen und habe dann einfach bei 17 abgemacht. Ich müsste aber bei 15, also bei einer Reihen, dann hätte ich so... Oh, Mist. Kein Wunder, dass das falsch ist. Ich lasse es aber jetzt so, ist mir jetzt egal. So. Hier oben lagen noch was. Und das noch weg hier. So, die Mitte ist jetzt um zwei nach... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt, jetzt passt. So. Achso, ja, dann müsstet ihr auch noch eins weiter machen. So. So, also hier, das ist jetzt die Mitte. So. Dann geht es jetzt nach vorne, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, was soll es sonst sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, gut. So, dann geht das da, 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 eins, zwei, drei. Dann eins, zwei und dann eins, zwei. Das ist schon mal die Rettstonsspur. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da. Da. Oh. Da. Da.